leute heute machen wir wie ist dein anime charakter okay welche haarfarbe hast du als anime figur weiß schwarz rot orange augenfarbe persönlichkeit hier reagiert zu wenn dich also ich das mal machen was machst du wenn der lehrer aus dem raum geht nichts aufpasst aus dem fenster gucken würde ich mal sagen wie ist sein poni irgendwie wo lebst du haarlänge mittel würde ich mal sagen wie lebst du also ich würde glaube ich allein leben wenn ich in einem anderen leben würde wie bist du gebaut dünn sagen auswertung ok was ist nicht was die jetzt nicht ist wie ist deine karakter die auswertung unsere stufe enthielten folgende profil okay ich bin zu 30 prozent aggressiv warum das macht auch wieder keinen sinn ich kreuzer ruhig an alles irgendwie so richtig ruhig krieg aggressiv du bist auch stress auskünftest du den ganzen tag laut hä okay das folgende werden können zu 30 ja das ist auch drei mysteriös ja das oder auf fröhlich nein eingebildet ok also ich würde erst so mysteriös gehen ok leute jetzt hört es in dieser folge wir sehen uns am nächsten quiz